Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 6115 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So stärke und trainiere ich mein Gleichgewicht. 5 Minuten täglich reichen So stärke und trainiere ich mein Gleichgewicht. 5 Minuten täglich reichen So stärke und trainiere ich mein Gleichgewicht. 5 Minuten täglich reichen Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Das ist die beste Pizza, die wir je gegessen haben. Dieses Restaurant müssen wir uns unbedingt merken. Dieser Vorschlag ist für mich nicht akzeptabel. Ich stimme ihm auf keinen Fall zu. Dieser Vorschlag ist für mich nicht akzeptabel. Ich stimme ihm auf keinen Fall zu. Dieser Vorschlag ist für mich nicht akzeptabel. Ich stimme ihm auf keinen Fall zu. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Noch zwei Tomaten und das Gemüse für die Suppe ist komplett. Das akzeptiere ich so nicht. Ich weiß, wie ich mich in der Geschäftswelt zurecht finde. Wahre Freundschaft beruht auf dem aufrichtigen Interesse am Wohlergehen des Anderen. Wahre Freundschaft beruht auf dem aufrichtigen Interesse am Wohlergehen des Anderen. Trau dich! Sei mutig! Keine Katastrophe ist so schlimm wie die Angst davor. Trau dich! Sei mutig! Keine Katastrophe ist so schlimm wie die Angst davor. Trau dich! Sei mutig! Keine Katastrophe ist so schlimm wie die Angst davor. Wir sind so nah am Ziel. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt eine Lösung. Wir sind so nah am Ziel. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht aufgeben. Es gibt eine Lösung. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann bitte den Link. Wir müssen die Angst davor nach Schmutz. Dann rein. Wir müssen auch meine Augen schmutz. Los geht es weiter. Wir müssen uns in den Weg gelegt. Dann können wir auf jeden Fall.